Hello, hello und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Deborah Fleischmann und heute spreche ich über FORDEC. Kurz F-O-R-D-E-C, das ist ein Akronym und bezeichnet eine Methode zur strukturierten Entscheidungsfindung, die überwiegend in der Luftfahrt verwendet wird. Die wurde auch entwickelt von Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und ja, die haben allgemein so Trainings für Piloten und Flugbegleiter ins Leben gerufen. Und als ich auf diese Methode gestoßen bin, war ich sofort der Meinung, dass jeder Mensch eigentlich ganz gleich in welchem Beruf er arbeitet oder in welcher Situation auch immer er sich befindet, beruflich oder privat, dass jeder mit dieser Methode was anfangen kann und durch diese Methode schneller Entscheidungen treffen kann. Es gibt so dieses Sprichwort, wer sich alle Türen offen lässt, der verbringt sein Leben im Flur. Also irgendwann müssen wir eben eine Entscheidung treffen, auch wenn es schmerzhaft ist. Zu dumm, dass jede Entscheidung eine attraktive Alternative zugunsten der Möglichkeit, die realisiert wird, vernichtet. Auf diesen Satz bin ich vor kurzem wieder gestoßen. Und ja, es ist tatsächlich natürlich so, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dass wir dann andere Möglichkeiten killen, manche sogar für immer. Also man kann bei manchen Entscheidungen nicht mehr zurück. Da gibt es dann kein Zurück mehr. Wenn du den Banküberfall machst, dann kannst du nicht, während du die Waffe irgendwo hinhältst, sagen, ah nee, doch nicht. Dann ist zu spät. Also Banküberfall, eine ganz schlechte Idee, ganz schlechte Entscheidung, die da getroffen wird. Außer man ist rata und hat irgendwo Gold versteckt. Mehr kennt das nicht. Man muss Entscheidungen treffen im Alltag oder auch Entscheidungen, von denen man weiß, okay, die sind heavy, die haben wirklich eine langfristige Konsequenz oder auch mehrere Konsequenzen. Wenn jemand sich entscheiden soll, darf, muss, will er sie, ein Kind oder keins oder noch eins, soll er den Job wechseln, soll er die Beziehung beenden, soll er die Beziehung anfangen, soll er den Wohnort ändern, soll er was kaputt machen, soll er was neu aufbauen, soll er sich eine neue Identität erschaffen. Da würde ich immer sofort ja sagen, by the way. Klingt immer gut. Was Neues ausprobieren, ja, nein. Ja, man steht im Leben oft vor vielen, vielen Fragezeichen und diese Fordeck-Methode kann auch dir helfen, auch wenn du jetzt kein Pilot bist. Ja, einfach neue Perspektiven einzunehmen und dann schlussendlich eine Entscheidung zu treffen. Im Folgenden spreche ich jetzt über Fordeck und sage auch, was mit den einzelnen Buchstaben sozusagen gemeint ist und hoffe, du kannst dir dafür was, ja, davon was mitnehmen, so für dein Leben, für deine Situation und wenn du magst, schreib mir gerne Nachricht, wo du mir mitteilst, inwieweit dir das geholfen hat, wo du Fordeck vielleicht anwenden konntest und ja, ich lege einfach mal los. Also, Fordeck, das F steht für Facts. Was ist damit gemeint? Man fragt sich erstmal, okay, was sind die Fakten? Wie ist die Situation? Also jetzt rein objektiv. Wo ist das Problem? Und das erstmal in Worte fassen, weil das ist oft der erste Schritt, dass man erstmal etwas in Worte fassen muss. Manchmal sind Dinge komplex, manchmal sind sie diffus, manchmal denkt man sich, boah, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Und ja, dann hilft es, das erstmal niederzuschreiben und sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich los? Was ist jetzt konkret los? Was beschäftigt mich? Was beunruhigt mich? Was ist das Problem? Das O steht für Options, also die Optionen. Da fragt man sich dann als zweiten Schritt quasi, welche Handlungsmöglichkeiten man hat. Weil oft ist es ja so, dass man sich dann eben die Fakten, das Problem irgendwie anzieht und sich denkt, okay, das und das und das könnte ich tun. Und jetzt weiß ich aber eben nicht, was ich tun soll, aber soweit sind wir noch nicht. Wir schreiben erstmal auf, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben. Das kommt ja auch immer auf die Situation an. Jemand, der, sagen wir jetzt mal, beim Thema Umzug, jemand, der Kinder hat, die in die Schule gehen, der wird sich das anders überlegen, als jemand, der jetzt keine Kinder hat. Weil er denkt, okay, ich reiß die aus dem gewohnten Umfeld raus. Also da hat jeder wirklich je nach Situation andere Kriterien, die da auch mit reinspielen oder andere Faktoren. Und auch nicht jeder kann in derselben Situation dieselben Dinge tun. Also sagen wir mal, zwei Leute wollen umziehen, aber der eine hat mehr Geld, der andere weniger. Naja, der, der mehr hat, der hat dann dementsprechend auch mehr Möglichkeiten, weil er eventuell nicht so auf die Preise gucken muss bei Mieten oder wenn er sich was kaufen möchte. Naja, das ist immer abhängig und ja, deswegen muss man wirklich seine eigene Situation individuell anschauen. Wenn du magst, helfe ich dir gern auch dabei. Und ja, man schreibt sozusagen erstmal auf, welche Optionen des Handelns für dich in Frage kommen. Der nächste Punkt ist dann Risks and Benefits, also sozusagen Risiken und Chancen. Man vergegenwärtigt sich nochmal die eigenen Handlungsmöglichkeiten, die man im zuvorigen Schritt aufgeschrieben hat. Und dann überlegt man sich, okay, mit welcher Handlungsmöglichkeit ist jetzt welches Risiko verbunden? Weil es gibt ja immer, ne, ein, ich sag mal, eine, in Anführungsstrichen, positive Seite und eine negative. Welche Pros, welche Kontras sind mit welcher Entscheidung, mit welcher Option dann verbunden? Weil später muss man ja dann auch sehen, okay, mit welcher Konsequenz kann ich am besten leben? Mit welcher kann ich eventuell überhaupt nicht leben? Manchmal ist es ja so, man will eine Entscheidung treffen und hat einfach zu viele Möglichkeiten, zu viele Optionen. Und dann hilft es einem dann erstmal das auszuschließen, dessen Konsequenz einem überhaupt nicht in Frage kommt, für einen in Frage kommt. Wo man sagt, ne, also damit würde ich dann gar nicht zufrieden sein und dann schließt man es quasi ex negativo aus. Ja, dass man jetzt nicht sagt, okay, wo ist der meiste Gewinn? Weil, wenn man es im Voraus nicht genau weiß oder sich eben unsicher ist, dann muss man wenigstens das ausschließen, wo man merkt, okay, also das würde mir am meisten schaden. Oder davon glaube ich zumindest, dass es mir damit am schlechtesten gehen würde und deswegen, bam, weg damit. Genau und ja, dementsprechend überlegt man sich auch, welche Option was konkret bewirken könnte. Also klassisch Ursache, Wirkung, wenn ich A mache, kommt dann B raus oder C oder D und wie ist das? Ist das in einer Woche auch noch so? Weil manchmal ist es ja so, dass Handlungsoptionen auch zeitlich limitiert sind. Also du kannst eventuell eine Handlungsoption nur für einen Monat machen oder sie ist nur einen Monat verfügbar und danach gibt es die eine Option gar nicht mehr. Vielleicht ein Jobangebot, wo es heißt, naja, sie müssen sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, sonst wählen wir jemanden anderen. Da kann man nicht sagen, ja, ich überlege jetzt erstmal in Ruhe und mache hier eine Weltreise und dann komme ich wieder oder so. Wobei auch das geht mittlerweile. Dass man einfach später anfängt. Ja, aber man muss eben überlegen, welche Option man hat und was eben konkret die Benefits davon sind oder eben auch die negativen Aspekte, die eine solche Option mit sich bringen würde. Dann das Schwierigste, die Decision, D für Decision, also die Entscheidung, was tun wir jetzt? Wir müssen das natürlich vor uns selbst rechtfertigen, weil sonst fragt unser Unterbewusstsein die ganze Zeit, warum? Warum machst du das? Warum hast du das gemacht? Und ja, da müssen wir dann Antwort geben. Natürlich oft auch unserem Umfeld, unsere Eltern, eventuell ehemalige Kollegen, aktuelle Kollegen, Freunde, Nachbarn, wer auch immer in deinem Leben ist. Irgendwer will immer wissen, warum du das tust. Klar, du musst denen erstmal nichts antworten, aber irgendwann dann doch, wenn du einigermaßen sozial vernetzt bleiben willst. Und ja, aber in erster Linie natürlich musst du es dir selbst erklären können. Wäre zumindest smart, weil du dann später weniger innere Konflikte hast und eventuell auch weniger Reue zeigst, falls es sich halt doch anders erweist, weil du sagst, okay, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich habe wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja, der Zeitpunkt, der Tag der Entscheidung ist gekommen. Du musst jetzt schauen, was tust du und wie genau lautet deine Entscheidung? Welche Konsequenzen nimmst du in Kauf und dann machst du das? Dann, der vorletzte Schritt, das E für Execution. Es geht um die Ausführung. Was sind jetzt konkret die Schritte und wer tut genau was? Oft ist es ja so, dass wenn wir eine Entscheidung treffen, dann betrifft es auch eben unser näheres Umfeld. Entweder die Kinder oder der Partner, den Partner oder Kollegen, den Vorgesetzten, wie auch immer, je nach Situation. Und da solltest du dir genau bewusst sein, was jetzt eben als nächstes drankommt und wen das alles betrifft. Wen musst du eventuell informieren, wenn du umziehst, natürlich die Stadt, dass du deine Adresse änderst auf den Pass, dass die Post, die die Sachen noch nachschickt, falls noch was an die alte Adresse käme, lauter solche Dinge. Das muss dir alles im Klaren sein und am besten schreibst du dir das auch auf, weil alles, was man aufschreibt, hat man irgendwie, ja, weg. Da ist man nicht dauernd so unter Strom und denkt sich, ja, ich habe doch irgendwas vergessen. Und man kann immer nachgucken, okay, was habe ich aufgeschrieben? Und ja, dann muss man es auch durchziehen. Also dann darf man keinen Rückzieher mehr machen, dann muss man durchziehen. Und der letzte Punkt C für Check, das ist die Überprüfung. Da fragt man sich dann, verbessert sich meine Situation oder verbessert sich unsere Situation, je nachdem? Und ist eventuell ein erneutes Vordeck nötig? Weil es ist ja nicht so, dass man im Leben mal ein, zwei Entscheidungen trifft und dann dümpelt das Leben so vor sich hin, sondern eigentlich muss man ständig neue Entscheidungen treffen. Deswegen gibt es auch Menschen, die sagen, also ich löse keine Probleme mehr, weil lieber habe ich das Problem und akzeptiere das einfach. Dafür muss ich dann keine neuen lösen. Weil klar, wenn du ein altes Problem löst, kommen dafür eventuell zehn neue in der Zukunft. New Level, New Devil. Aber an sich natürlich, jeder so in seinem Wachstumstempo, sag ich mal, trifft immer wieder auf neue Probleme. Deswegen die Vordeck-Methode, man muss sie mehrmals anwenden oder kann, muss natürlich nicht, kann sie mehrmals anwenden. Auf jeden Fall muss man mehrmals Entscheidungen im Leben treffen. Und wenn man sie nicht trifft aktiv, dann trifft das Umfeld sie, dann trifft das Leben sie. Und es ist eben oft auch nicht so gerade zugunsten von uns. Drum ist es besser, du nimmst es selbst in die Hand, beruflich und privat. Und ja, checkst dann einfach ab, okay, welche Konsequenzen sind jetzt tatsächlich eingetreten? Ist es das, was ich mir erhofft hatte? Was habe ich erwartet? Und genau, dann guckt man, eventuell ist nochmal die Anwendung von Vordeck nötig, dass man sagt, gut, ich muss jetzt nochmal neue Fakten checken. Eventuell hat sich auch irgendwas verändert an der Situation. Du hast vielleicht auch irgendwie einen Faktor oder irgendwas am Anfang übersehen und jetzt ändert sich alles komplett neu und du darfst wieder von vorne anfangen. Aber auch da ganz klassisch dann einfach wieder bei F beginnen. Welche Fakten sind jetzt quasi die objektiv neuesten und realsten? Und ja, eventuell bekommst du dann auch nochmal neue Handlungsmöglichkeiten. Und ja, dann schaust du, wie das für dich passt. Wenn nicht, dann beginnst du noch einmal und ansonsten lässt du alles so, wie es ist. Aber checkst natürlich dein Leben immer mal wieder drauf, hey, muss ich irgendwas verändern? Sollte ich vielleicht irgendwas verändern? Und wenn du nicht genau weißt, was, dann kannst du trotzdem Vordeck anwenden, indem du dir das einfach aufschreibst. Kann am Anfang auch erstmal diffus sein, eben Fakten, sowas wie, ja, also ich glaube, ich muss irgendwas ändern, aber ich weiß gar nicht was. Und dann kannst du ja trotzdem einfach mal durchgehen, ne. Eventuell, hm, sollte ich vielleicht mehr Sport machen? Sollte ich mich beruflich weiterentwickeln? Sollte ich mehr Fortbildungen machen? Sollte ich mehr Zeit mit der Familie verbringen? Das kann man ja einfach alles aufschreiben. Also es geht wirklich in jeder Situation. Und ich muss ehrlich sagen, als ich diese Methode entdeckt habe, dachte ich mir, das ist so krass. Irgendwie, ich finde das extrem nützlich, weil das einfach so strukturiert ist. Und, ja, also Respekt an alle Menschen in der Luftfahrt und alle Piloten, Pilotinnen, Stewardessen und so weiter. Ich finde Vordeck mega geil. Wie gesagt, sehr nützliche Methode. Kann man immer an sich anpassen, an die eigene Situation. Und, ja, ich hoffe, du auch. Benutze es mal, wende es an. Muss ja jetzt auch erstmal nichts Großes sein, wenn dir nichts einfällt. Kannst gern einfach eine kleine Situation nehmen. Und wenn es nur das Thema ist, ob du deinem Hund ein anderes Futter kaufen sollst, weil es gesünder ist oder wie auch immer. Also wie gesagt, Vordeck lässt sich wirklich in jedem Lebensbereich anwenden. Und, ja, man hat einfach danach auch das Gefühl, dass alles irgendwie strukturierter ist, sachlicher bearbeitet. Klar, viele oder die meisten Entscheidungen treffen mir doch im Alltag unterbewusst und emotional. Aber manchmal ist es eben dann doch ganz hilfreich, wenn man das auch mal sachlich und herausgezoomt betrachtet. Gerade bei großen Entscheidungen sollten die Emotionen nicht die einzige Rolle spielen. Und der Verstand sollte auch ein bisschen mit dabei sein. Und, ja, in diesem Sinne viel Erfolg mit Vordeck. Schreib mir gerne eine Nachricht, wenn sie dir geholfen hat, die Methode. Ansonsten keep it ne Villa aus Nürnberg. Heute mal eine kürzere Folge. Ich bin ganz stolz auf mich. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Keep it ne Villa aus Nürnberg. Ciao.